Musik 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 Oh, geht doch! Hallo ihr geilen Sacki, ich möchte euch in die Schwänze lutschen und der T-Boys auch so ein geiler Angst. Er möchte ja am liebsten jeden in den Arsch lunsen. Und jeden vergewaltigen und jeden einfach nur töten, was die Eier rausquillen. Und ja, mittlerweile breche ich mir die ganze Zeit an die Knochen und ist mir scheißegal. Und ähm, ich werde schon wieder von so Scheißhunden angegriffen! Ist die mir jetzt hinterhergesprungen, was soll denn das? Hässlicher Knecht, verpiss dich jetzt du! Ich lunt's dich wieder. Oh Level 1! Ich hab dir gesagt, greifst du dich an! Fail. Ja, das ist der Unterschied zwischen zwei Bionnen. Hehehehe! So, herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Play von Cager Games. Ähm, mein Name ist Yannick, ihr kennt mich sicherlich... Kaput! Äh, Frame ein Buch! Fail! So, herzlich willkommen hier zum Minecraft Let's Gay! Ähm, der Tibo ist gay und deshalb machen wir auch dieses Minecraft Let's Gay! Ich bin Yannick, den ihr schon vom Kevin, den ihr schon... Halt mal die Fresse! Den ihr schon, ähm, ähm, mit dem Kevin wahrscheinlich gehört habt in COD4 Let's Play. Ähm, wie gesagt, komischerweise ist es auch mein Channel. Keine Ahnung warum, aber naja. Ähm, ja und jetzt kann mal der hässliche Krapfen hier nimm... Äh, ne, der ist ja hässlich. Jawohl. Irgendwas sagen. Okay. Also zusammengefasst ist der dämliche Vollidiot, der im COD4 Let's Play einfach mal Melone geschrien hat. Danke. Tschüss!